Na, hätten Sie sie erkannt? Gucken Sie nochmal genau hin. Richtig, es ist Angela Bauer, die erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter aus der Fernsehserie Wer ist hier der Boss? Heute sieht Judith Light, wie die Schauspielerin eigentlich heißt, so aus. Ihre berühmte Fühlfrisur ist verschwunden, von ihrer sympathischen Art hat die 66-Jährige, aber auch 30 Jahre nach dem Serienstart, nichts eingebüßt. Wir treffen sie bei der Oscar-After-Party von Vanity Fair. Warum die Schauspielerin sich hier rumtreibt? Na, die Karriere war nach Wer ist hier der Boss noch lange nicht zu Ende. Judith war unter anderem in den TV-Serien Nurse Jackie und Ugly Betty zu sehen und heimste zwei Tony Awards für ihre Arbeit am Broadway ein. Aktuell kann man sie in der Webserie Transparenz sehen und eben bei den diesjährigen Oscar-Partys. Wir haben uns über dieses Wiedersehen auf jeden Fall sehr gefreut.